Ich bin ländlich. Ich bin ländlich. Ich bin ländlich. Ich bin ländlich. Ich bin eine literarische Figur. Ich bin eine literarische Figur. Ich bin aus Amerika. Aber darüber lässt sich streiten. Aber darüber lässt sich streiten. Da lässt sich überhaupt nicht drüber streiten. Da lässt sich überhaupt nicht drüber streiten. Die Nationalität des Autors hat doch nichts mit der Nationalität der Figur zu tun. Die Figur ist die Figur. 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 Hamlet ist kein Brite, er war Dene. 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 Also ja, diese Figur ist auf jeden Fall in Amerika geboren. Also ja, diese Figur ist auf jeden Fall in Amerika geboren. Also ja, diese Figur ist auf jeden Fall in Amerika geboren. Also ja, diese Figur ist auf jeden Fall in Amerika geboren. Also ja, diese Figur ist auf jeden Fall in amerika geboren. Also ja, diese Figur ist auf jeden Fall in Amerika geboren. Schnapps, 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 schnapps. Wenn ich eine Frau hätte, 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 Heißt mein Blutfruder Oltschetta he? Kalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalk Hat Karl May mich geschrieben? Ja! Wer nennt du den? Wer nennt du den? Ich bin Winnetou, Häuptling der Apache. 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 Ach schon! Hallo ihr Lieben! 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 Setzt euch schon mal! 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 Hm! Ich bin gleich bei euch! 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 Ich warte mich nur noch von meinen fünf neuen Freunden hier! Ich warte mich nur noch von meinen fünf neuen Freunden hier! Ich bitte Sie, Frau von Hammersmarkt, bitte lasse sich Zeit! Ich bitte Sie, Frau von Hammersmarkt, bitte lasse sich Zeit! Ich bitte Sie, Frau von Hammersmarkt, bitte lasse sich Zeit! Ich bitte Sie, Frau von Hammersmarkt, bitte lasse sich Zeit! Amüsieren Sie sich wir, warten hier auf Sie! Erich, Moshiri! Das sind die Freunde, auf die ich gewartet habe! Bitte gib ihm alles, was Sie möchten! Erich, Moshiri! Das sind die Freunde, auf die ich gewartet habe! Bitte gib ihm alles, was Sie möchten! Erich, Moshiri! Das sind die Freunde, auf die ich gewartet habe! Bitte gib ihm alles, was Sie möchten! Erich, Moshiri! Das sind die Freunde, auf die ich gewartet habe! Bitte gib ihm alles, was Sie möchten! Frau von Hammersmarkt, ihr Wunsch ist mir Befehl! Frau von Hammersmarkt, ihr Wunsch ist mir Befehl! Meine Herren, wie es aussieht, geht die Runde auf das Fräulein. Meine Herren, wie es aussieht, geht die Runde auf das Fräulein. Was hätten Sie denn gern? 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 Drei Whisky. Drei Whisky, gern. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich habe noch einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich. Ich habe noch einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich. Ich habe noch einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich. Ich habe noch einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich. 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 Genghis Khan, das hätte ich nie erraten, sicher doch. Genghis Khan, das hätte ich nie erraten, sicher doch. Genghis Khan, das hätte ich nie erraten, sicher doch. Genghis Khan, das hätte ich nie erraten, sicher doch. Genghis Khan, das hätte ich nie erraten, sicher doch. Genghis Khan, das hätte ich nie erraten. Ist schön dich zu sehen, ist schön dich zu sehen. Ich dachte, hier kommen mehr Frandosen als Deutsche hin. Ich dachte hier kommen mehr Frandosen als Deutsche hin. Ich dachte hier kommen mehr Frandosen als Deutsche hin. Ja, normalerweise ist das auch so. Ja, normalerweise ist das auch so. Ja, normalerweise ist das auch so. Aber die Frau des Oberfettwebels da drüben hat gerade ein Kind bekommen. Die Frau des Oberfettwebels da drüben hat gerade ein Kind bekommen. Die Frau des Oberfettwebels da drüben hat gerade ein Kind bekommen. Und sein vorgesetzter Offizier hat ihm und seinen Freunden den Abend freigegeben, damit sie feiern können. Wir sollten gehen. Wir sollten gehen. Wir sollten gehen. Nein. Wir sollten bleiben. Nein. Wir sollten bleiben. Nein. Wir sollten bleiben. Zumindest für ein Getränk. 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 Ich habe in einer Bar für euch gewartet. Da würde es doch seltsam aussehen, wenn wir gehen würden ohne etwas getrunken. Ich habe in einer Bar für euch gewartet. Sie hat recht. Bleibt ganz ruhig und genießt euren Biski. Sie hat recht. Bleibt ganz ruhig und genießt euren Biski. Sie spielt liebend gern mit Ihnen. Sie spielt liebend gern mit Ihnen. Ich werde übersetzen. Ich werde übersetzen und beschützen. Ich werde übersetzen und beschützen. Dann trimme ich ihn persönlich zurück auf Linie Schau. 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 Schloss jetzt! Schnaps, schnaps, den Schnaps in die Handkamera. 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 Schnaps, 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 den Schnaps in die Handkamera. Schnaps, 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 den Schnaps in die Handkamera. Schnaps, schnaps, den Schnaps in die Handkamera. Solche assunto wird strimme ich ihm erklingen. Chnaps, schnaps, 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 den Schnaps in die Handkamera. René Sch говорить hoffentlich Miraplan. Schnaps, den Schnaps in die Handkamera. Siyakawa. Tuck in den Schnaps in die Handkamera. Wir trinken auf unseren Freund Wilhelm und sein Kleinsohn Maximilian. Auf, Max! Ich wollte dich was Neues ergeben. Das Kino ist ausgetauscht worden. Warum? 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 Warum. 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 Budget. Warum. Netflix Italy. vehicle. acreage. noble. karaage. h Hermine. Duke multipla. Grazie. diese sinnetsez án dass bröst hashtags Können Sie den Namen des Sprösslings denn schon? Jawohl. 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 Fräulein sein. Der Arme ist Maximilian. 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 Maximilian, das ist ein Vanschen. Maximilian, das ist ein Wannschönener. Danke, Obersturmführer. 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 Ähm, weiß zwar noch nicht, wer sie sind, aber Baben... Er wird uns wissen, ich werde dir mal ihre Filme zeigen. Er wird uns wissen, ich werde dir mal ihre Filme zeigen. Er wird uns wissen, ich werde dir mal ihre Filme zeigen. Er wird mit ihren Fehlern aufwachsen. 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 Es gibt keine Diener, es gibt keine Riefenstahl, es gibt nur eine von der Arbeitsverlangs! Es gibt keine Diener, es gibt keine Riefenstahl, es gibt nur eine von der Arbeitsverlangs! Rost! 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 Johannes Mark, was führt Sie nach Frankreich? 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 Das geht Sie nichts an! Das geht Sie nichts an! Das geht Sie nichts an! Oberfellwebel Sie haben vielleicht nicht die Gastfreundschaft des Fräuleins! 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 Sie haben vielleicht nicht die Gastfreundschaft des Fräuleins mit Ihrem betrunkenen, rüpelhaften Benehmen strapaziert! Sie haben vielleicht nicht die Gastfreundschaft des Fräuleins! Aber sehr wohl die meine! Darf ich Sie erinnern! Darf ich Sie erinnern! Oberfellwebel Sie sind Soldat! Oberfellwebel Sie sind Soldat! Oberfellwebel Sie sind Soldat! Oberfellwebel Sie sind Soldat! Oberfellwebel Oberfellwebel Sie sind Soldat! Oberfellwebel Sie sind Soldat! Ich schlage vor, dass Sie das Fräulein nicht weiter belästigen und an Ihren Tisch zurückkehren. Entschuldigen Sie, Hauptsturmführer, Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Akte. Entschuldigen Sie, Hauptsturmführer, Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Akte. Entschuldigen Sie, Hauptsturmführer, Sie haben einen sehr ungewöhnlichen Akte. Woher kommen Sie? 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 Sie müssen entweder betrunken sein oder völlig verrückt, dass Sie es wagen. Sie müssen entweder betrunken sein oder völlig verrückt, dass Sie es wagen. Sie müssen entweder betrunken sein oder völlig verrückt, dass Sie es wagen. Sie müssen entweder betrunken sein oder völlig verrückt, dass Sie es wagen. Sie müssen entweder betrunken sein oder völlig verrückt, dass Sie es wagen, mit einem Vorgesetzten so unverschämt zu sprechen. Ich mache Sie und Sie verantwortlich! Ich mache Sie und Sie verantwortlich! Sie greifen mir jetzt hier einen Freund! Sie greifen mir jetzt hier einen Freund! Oder er wird mal schlafen Geburtstag wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit! Ein Gewöhnnis verbringen! Dürfte ich mich vielleicht erkundigen? Dürfte ich mich vielleicht erkundigen? Wie unser frischgebackener Vater hier, wie unser frischgebackener Vater hier, habe auch ich ein sehr genaues Ohr für Akzente. Aber auch ich ein sehr genaues Ohr für Akzente. Aber auch ich ein sehr genaues Ohr für Akzente. Und wie er, 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 finde ich ihren äußerst seltsam. 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 Woher stammen Sie, Hauptsturmführer? Woher stammen Sie, Hauptsturmführer? Woher stammen Sie, Hauptsturmführer? Woher stammen Sie, Hauptsturmführer? Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen, Obersturmführer München. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen, Obersturmführer München. Und auch nicht mit Ihnen, Obersturmführer Frankfurt. Und auch nicht mit Ihnen, Obersturmführer Frankfurt. Und auch nicht mit Ihnen, Obersturmführer Frankfurt. und auch nicht mit ihnen Obersturmführer Frankfurt und auch nicht mit ihnen Obersturmführer Frankfurt und auch nicht mit ihnen Obersturmführer Frankfurt ich spreche mit dem Hauptsturmführer Heimatlos hier 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 ich bin in einem dorf geboren 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 das im Das im Schatten des Bitzpalülit. Dem Berg. Ja. 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 Indem do sprechen alle so. Haben Sie den Riefenstahlfilm gesehen? Ja. Ja. Dann haben Sie mich gesehen. Ja. Ja. haben sie mich gesehen. Erinnern sie sich an die Ski-Szene. Erinnern Sie sich an die Ski-Szene, mit der Fackel, 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 mit der Fackel. Diese Szene spielen ich. Mein Vater, meine Schwester und meine zwei Brüder. Mein Bruder sieht so gut aus. Mein Bruder sieht so gut aus. Mein Bruder sieht so gut aus. Mein Wort etwas gilt. Herr Major, wenn 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 mein Wort etwas gilt. Ich kann mich voll und ganz dafür verbirgen, was der junge Hauptmann hier behauptet. Sei für verbirgen, was der junge Hauptmann hier behauptet. Sei für verbirgen, was der junge Hauptmann hier behauptet. Sei für verbirgen, was der junge Hauptmann hier behauptet. Sei für verbirgen, was der junge Hauptmann hier behauptet. Er stammt wirklich vom Fuße des Pizpalü. 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 Er war in dem Filmhund. Er war in dem Filmhund. Sein Bruder sieht wesentlich besser aus als er. 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 Sie sollte mal besser zu ihren Freunden zurückkehren. Sie sollte mal besser zu ihren Freunden zurückkehren. Meine Herrschaften darf ich mich zu Ihnen setzen. Gerne. Meine Herrschaften darf ich mich zu Ihnen setzen. Gerne. Meine Herrschaften darf ich mich zu Ihnen setzen. Gerne. Meine Herrschaften darf ich mich zu Ihnen setzen. Gerne. Wunderbar. 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 Und das ist der Grund für ihren bizarren Akzept. Das ungewöhnlich. was tun sie hier 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 außer mit diesem breitenden fräulein ein getränk zu nehmen außer mit diesem breitenden fräulein ein getränk zu nehmen außer mit diesem breitenden fräulein ein getränk zu nehmen außer mit diesen breitenden fräulein ein getränk zu nehmen nun dieses vergnügens bedarf es keiner weiteren erklärung Nun, dieses Vergnügens bedarf es keiner weiteren Erklärung. Nein, ich meine hier in diesem Land. Nein, ich meine hier in diesem Land. Ja, Sie sind ja wohl kaum in Frankreich stationiert, sonst wüsste ich, wer Sie sind. Ja, Sie sind ja wohl kaum in Frankreich stationiert, sonst wüsste ich, wer Sie sind. Ja, Sie sind ja wohl kaum in Frankreich stationiert, sonst wüsste ich, wer Sie sind. Ja, Sie sind ja wohl kaum in Frankreich stationiert, sonst wüsste ich, wer Sie sind. Und Sie kennen jeden Deutschen in Frankreich. Jeden, der es wert ist. 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 Wir haben diesen Wert nicht beansprucht. Wir haben diesen Wert nicht beansprucht. Wir haben diesen Wert nicht beansprucht. Spass beiseite, was tun Sie in Frankreich? Spass beiseite, was tun Sie in Frankreich? Spass beiseite, was tun Sie in Frankreich? Ich begleite die Dame zum Minister Göppels Filmpremiere. Ich begleite die Dame zum Minister Göppels Filmpremiere. Ach, Sie sind der Begleiter von Fräulein von Amersmark. Ach, Sie sind der Begleiter von Fräulein von Amersmark. Ach, Sie sind der Begleiter von Fräulein von Amersmark. Irgendjemand muss ja ihr Feuerzeug tragen. 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 Der Hauptmann ist mein Begleiter, aber alle drei sind meine Gäste. Wir sind alte Freunde. 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 Wir kennen uns schon seit. 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 Huf. 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 Jahren. Huf. Jahren. Huf. 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 In diesem Fall. 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 Lassen Sie mich mein Glas erheben auf die drei glücklichsten Männer im Raum. Lassen Sie mich mein Glas erheben auf die drei glücklichsten Männer im Raum. Lassen Sie mich mein Glas erheben auf die drei glücklichsten Männer im Raum. Auf trinke ich. Königin Christina? Königin Christina? Ich muss schon sagen. Ich muss schon sagen. Ich muss schon sagen. Ich muss schon sagen. Ich muss schon sagen, was die da drüben spielen, das scheint mir sehr amüsant zu sein. Ich wollte mich nicht dazusetzen, denn sie haben recht, Hauptstumpfhörer. Ich wollte mich nicht dazusetzen, denn sie haben recht, Hauptstumpfhörer. Ein Offizier sollte sich nicht mit einfachen Soldaten verbrüten. Ein Offizier sollte sich nicht mit einfachen Soldaten verbrüten. Ein Offizier sollte sich nicht mit einfachen Soldaten verbrüten. Ein Offizier sollte sich nicht mit einfachen Soldaten verbrüten. Aber, 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 aber... Da wir ja hier alle Offiziere sind. 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 Oder kultivierte Bekannte von Offizieren. 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 Wie wär's, wir spielen es auch. 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 Ja, gerne, ein Spiel. Wunderbar. 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 Soldat! Die Kappen! Danke! Danke! Alles, eure Herrschaften! Alles, eure Herrschaften! Also, Herrschaften! Also, Herrschaften! Also, Herrschaften! Also, Herrschaften! Die Idee des Spiels ist es... Die Idee des Spiels ist es... Den Namen einer berühmten Person auf eine Karte zu schreiben... Den Namen einer berühmten Person auf eine Karte zu schreiben... Fiktiv oder real spielt dabei keine Rolle... Sie können zum Beispiel Konfuzius schreiben oder... Doktor Fu Manchu! Fiktiv oder real spielt dabei keine Rolle. Sie können zum Beispiel Konfuzius schreiben oder... Doktor Fu Manchu. Fiktiv oder real spielt dabei keine Rolle. Sie können zum Beispiel Confucius schreiben, oder Doktor Fu Manchu. Fiktiv oder real spielt dabei keine Rolle. Sie können zum Beispiel Konfuzios schreiben oder Dr. Fu Manchu. Erik, mehr Stifte! Nur berühmt muss sie sein, nicht Tante Frieda! Wenn Sie fertig sind, legen Sie die Karte verdeckt auf den Tisch. Wenn Sie fertig sind, legen Sie die Karte verdeckt. auf den Tisch. Wenn Sie fertig sind, legen Sie die Karte verdeckt auf den Tisch. Und schieben Sie der Person Ihrer Rechten zu. Und schieben Sie der Person Ihrer Rechten zu. Und schieben Sie der Person Ihrer Rechten zu. Die Person Ihrer Linken schiebt Ihnen Ihre Karte zu. Schiebt Ihnen Ihre Karte zu. Sie nehmen die Karte auf, ohne sie umzudrehen. Ohne sie umzudrehen. Befeuchten Sie mit der Zunge. 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 Und kleben Sie sich vorne an die Stirn. Und kleben Sie sich vorne an die Stirn. Beschreiben Sie. Beschreiben Sie. Beschreiben Sie. Beschreiben Sie. Beschreiben Sie. Ich fange an, damit Sie sich einen Begriff machen können. Ich fange an, damit Sie sich einen Begriff machen können. Ich fange an, damit Sie sich einen Begriff machen können. Ich fange an, damit Sie sich einen Begriff machen können. Bin ich Deutscher? Nein. Bin ich Deutscher? Nein. Bin ich Deutscher? Nein. Bin ich Deutscher? Nein. Bin ich Allerikane? Nein. Bin ich Allerikane? Nein. Ich bitte dich, er ist doch eindeutig nicht in Amerika geboren worden. Ich bitte dich, er ist doch eindeutig nicht in Amerika geboren worden. Aber ich habe Amerika besucht, richtig? Ja. Aber ich habe Amerika besucht, richtig? Ja. Aber ich habe Amerika besucht, richtig? Ja. War dieser Besuch erfreulich? 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 Nicht für Sie. Könnte man mein Geburtsland? Könnte man mein Geburtsland als exotisch beschreiben? Das könnte ein Hinweis sein auf den Urwald oder auf den Orient. Auf den Urwald oder auf den Orient. Ich folge meinem ersten Impuls und Frage komme ich aus dem Urwald. Ich folge meinem ersten Impuls und Frage komme ich aus dem Urwald. Ich folge meinem ersten Impuls und Frage komme ich aus dem Urwald. Ich folge meinem ersten Impuls und Frage komme ich aus dem Urwald. Ich folge meinem ersten Impuls und Frage komme ich aus dem Urwald. Ich folge meinem ersten Impuls und Frage komme ich aus dem Urwald. Also Herrschaften an dieser Stelle könnte man fragen, ob man real oder erfunden ist. Ich finde diese Frage aber zu einfach und frage noch nicht danach. Ich finde diese Frage aber zu einfach und frage noch nicht danach. Ich finde diese Frage aber zu einfach und frage noch nicht danach. Ich finde diese Frage aber zu einfach und frage noch nicht danach. Ich bin also im Urwald geboren. Ich bin also im Urwald geboren. Ich bin also im Urwald geboren. Ich habe Amerika besucht. 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 Der Besuch war für mich nicht von Vorteil. Der Besuch war für mich nicht von Vorteil. Aber die Schlussfolgerung liegt nahe, dass es für jemanden anderen von Vorteil war. Aber die Schlussfolgerung liegt nahe, dass es für jemanden anderen von Vorteil war. Aber die Schlussfolgerung liegt nahe, dass es für jemanden anderen von Vorteil war. Aber die Schlussfolgerung liegt nahe, dass es für jemanden anderen von Vorteil war. Aber die Schlussfolgerung liegt nahe, dass es für jemanden anderen von Vorteil war. Als ich aus dem Urwald nach Amerika kam. 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 Ich hab... Fuhre ich da mit dem Schiff? Ja... Es ist schar die Reise gegen meinen Willen. Ja. Geschah die Reise gegen meinen Willen? 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 Ja. Auf der Schiffsreise lag ich dein Kett... Ja. Auf der Schiffsreise lag ich dein Ketten. Auf der Schiffsreise lag ich dein Ketten. Als ich in Amerika ankam, wurde ich dein Ketten zur Schau gestellt. Bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Nein. Bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Also dann muss ich King Kong sein. Ah! 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 Also dann muss ich King Kong sein. Also dann muss ich King Kong sein. Ah! Bravo! Wird das beeindruckend! Hier! Ja, ja! Bravo! Wird das beeindruckend! Hier! Ja, ja! Bravo! Wird dich beeindruckend! Und weil ich die richtige Antwort gefunden habe, müssen Sie jetzt alle austrinken. Und weil ich die richtige Antwort gefunden habe, müssen Sie jetzt alle austrinken. Prost! 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 Sie stören. Ich bitte um Nachsicht, Hauptsturmführer. Ich bitte um Nachsicht, Hauptsturmführer. Aber nur... Aber nur... Aber nur... Aber nur... Aber nur... Aber nur... Wenn das Fräulein hier meine Gegenwart als Störung empfindet, bin ich auch ein Störenfried. Bin ich auch ein Störenfried? 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 Ist es Fräulein von Hamas, mag ich sie? Nein. Ist es Fräulein von Hamas, mag ich sie? Nein. Nein. Ist das Fräulein von Hamas Max, störe ich sie? Nein. Ist das Fräulein von Hamas Max, störe ich sie? Nein. Das habe ich mir in der mich gedacht. Das habe ich mir in der mich gedacht. Der Hauptsturmführer scheint einfach nur immun gegen meinen Schaml zu sein. Der Hauptsturmführer scheint einfach nur immun gegen meinen Schad zu sein. Der Hauptsturmführer scheint einfach nur immun gegen meinen Schad zu sein. Es war ein Scherz. 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 Erich hat eine Flasche 33 Jahre alten Whisky aus dem schottischen Hochland. Erich hat eine Flasche 33 Jahre alten Whisky aus dem schottischen Hochland. Erich hat eine Flasche 33 Jahre alten Whisky aus dem schottischen Hochland. Das ist sehr freundlich, Sturmbannführer. Das ist sehr freundlich, Sturmbannführer. Erich der 33er. Erich der 33er. Erich der 33er. Erich der 33er. Und frische Gläser. 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 Wir wollen ja nicht, dass Sie den 33er hier mit ihrem Gesäfter versorchen. Wir wollen ja nicht, dass Sie den 33er hier mit Ihrem Gesöffter versäuchten. Wie viele Gläser? Ich mag Scotch, Scotch macht mich nicht. Ich mag Scotch, Scotch macht mich nicht. Ich auch nicht, ich bleib beim Shampoos. Ich auch nicht, ich bleib beim Shampoos. Drei Gläser. Drei Gläser. Drei Gläser. Drei Gläser. Drei Gläser. Drei Gläser. Auf ein tausendjähriges deutsches Reich. 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 Auf ein tausendjähriges Reich. Auf ein tausendjähriges deutsches Reich. Ein tausendjähriges Reich. Ich muss sagen, ich hab genug von dem Affentheater. Ich muss sagen, ich hab genug von dem Affentheater. Ich muss sagen, ich hab genug von dem Affentheater. Ich muss sagen, ich hab genug von dem Affentheater. Ich muss sagen, ich hab genug von dem Affentheater. Haben Sie das gehört? 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 Das ist das Geräusch meiner Walter. 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 das ist das Geräusch meiner Walter, das ist das Geräusch meiner Walter, die direkt auf ihre Hoden gerichtet ist. Ja, warum richten sie ihre Walter auf meine Hoden? Ja, warum richten sie ihre Walter auf meine Hoden? Ja, warum richten sie ihre Walter auf meine Hoden? Ja, warum richten sie ihre Walter auf meine Hoden? Ja, warum richten sie ihre Walter auf meine Hoden? Weil sie sich eben verraten haben. Weil sie sich eben verraten haben. Hauptsturmführer. Sie sind so deutsch wie dieser Scotch. 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 Herr Major, schnauze du Schlampe. Schnauze du Schlampe. Sie wollten was sagen. 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 Ich wollte sagen, 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 dann sind wir zu zweit, 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 Dann sind wir zu zweit. Ich habe eine Pistole auf Ihre Eier gerichtet, seit Sie hier sitzen. Ich habe eine Pistole auf Ihre Eier gerichtet, seit Sie hier sitzen. Und da sind wir zu dritt. Und auf die Entfernung, bin ich ein richtiger Frederic Zoller. Bin ich ein richtiger Frederic Zoller? Bin ich ein richtiger Frederic Zoller? Scheint mir ein bisschen heikel zu sein, unsere Hacker. Scheint mir ein bisschen heikel zu sein, unsere Hacker. Scheint mir ein bisschen heikel zu sein, unsere Lager. Scheint mir ein bisschen heikel zu sein, unsere Lager. Was jetzt passieren wird, Sturm, Bann, Führer. Was jetzt passieren wird, Sturm, Bann, Führer. Sie werden aufstehen und mit uns durch diese Tür hinausgehen. Nein, 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 nein Hauptsturmführer. Wir beide wissen, Hauptsturmführer. Das egal, das egal, das egal, das egal, das egal, das egal, was mit den anderen Leuten hier in diesem Raum passiert. Was mit den anderen Leuten hier in diesem Raum passiert. Wir zwei. 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 Nirgendwo hingehen. 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 Das ist wirklich schade um, 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 Oberfeldwebel Wilhelm und seine berühmten Freunde. Und seine berühmten Freunde. Falls einer von euch vorhat, am Leben zu bleiben, werdet ihr sie auch erschießen müssen. Falls einer von euch vorhat, am Leben zu bleiben, werdet ihr sie auch erschießen müssen. Sieht so aus, als ob Klein Max. Sieht so aus, als ob Klein Max. Als weise aufwächst. Als weise aufwächst. Wie traurig. 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 Wie traurig.